Warum sieht man da nichts? Ein Bild von der See. Aber es ist doch die Schweizer und der Klaus Wunderlich. Nicht beim Essen fotografieren das Essen. Warum? Du kriegst doch gar nichts. Es ist voll dämlich viel beim Essen fotografiert zu werden. Du bist wieder Eigen. Wer ist Eigen? Alte Leute waren Wunderlich. Ich weiß ja schon wo ich mir die Bilder dann angucken kann. Auf YouTube. Kann man den dann?